Der, was 100 Jahre beim Löw gesessen ist, der Dr. Müller-Walfert. Der mit den Haaren. Der mit den Haaren, die Halbschwörsen von Winnetou. Das ist der Beste. Der war auch FC Bayern, war der. Der ist schon 78 jetzt. Der war 100, da war der Löw noch gar nicht. Der hat gesagt, wo bleiben denn Löw jetzt? Beim Beckenbauer habe ich den das erste Mal. Ich habe gesagt, was will denn der Jürgen Dreefz beim Fußball? Ein Korn im Feldbett. Der war mal beim Lanz, da hat er alles erzählt. Hast du es gesehen? Wahrscheinlich ist das übertrieben, aber der soll mal einen Rollstuhl noch berührt haben. Dann ist der wieder gefahren. Das glaube ich jetzt auch nicht, aber weil der so gut ist. Und der war auch der Mannschaftsarzt von Boris Becker.